Das WB-Gespräch von Willis Auerbott wird Ihnen präsentiert von der Mobiliar-Generalagentur Willis Auerböck, der Reifisenbanken aus der Region, der GUT-AG Gebäudetechnik und der Swiss-Krono AG in Mensenau. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zum WB-Gespräch vom Monat Juni. Mein heutiger Gast ist Markus Greuter. Er ist ehemaliger Spitzenschwinger vom Schwingklub Wickertal und OK-Präsident vom 116. Innerschweizer Schwing- und Älplerfest Stammerzellen, der vom 30. Juni bis 2. Juli über die Bühne geht. Markus Greuter, das Eishaff Stammerzellen steht vor der Tür. Ein Riesenanlass, der mit einem Riesenaufwand verbunden ist und auch eine Riesenverantwortung mit sich bringt. Gerade für den OK-Präsidenten. Warum haben Sie sich für das Amt zur Verfügung gestellt? Das hat mehrere Gründe. Der erste ist der Schwingklub Wickertal, der die grosse Ehre hat, das schwingfest zu organisieren. Und zwar hat der Schwingklub Wickertal nur alle 45 Jahre die Chance. Das letzte Mal haben wir es 1978, in die Willi soll dürfen durchführen. Und von daher ist das auch eine grosse Ehre für mich, so eine Funktion wahrzunehmen. Auf der anderen Seite bin ich als ehemaliger Präsident vom Luzernkantonalen Schwingenverband. Da durfte ich mehrfach in den OK-Style teilnehmen, ob das Luzernkantonale Schwingfeste oder Innerschweizer Schwingfeste sind. Und von daher habe ich gewusst, was auf mich zukommt. Ich hatte das Gefühl, das kann ich bewältigen mit einem guten Team. Und habe mich eigentlich gerne in dieser Aufgabe gestellt. Und ich bin mir bis jetzt nicht bereut, dass ich diese Aufgabe angenommen habe. Im Zusammenhang mit dem Riesenaufwand, den ich angesprochen habe, ist aufgefallen, dass das OK erst im Mai, also recht kurz vor dem Fest, einen Aufruf gestartet hat, wo Helferinnen und Helfer vor allem für den Sonntag, für den Tag des Schwingfests, gesucht worden sind. Hat dieser Engpass hoffentlich überwunden werden? Ja, ich würde sagen, in der Zwischenzeit sind wir gut aufgestellt. Also in der ganzen Aufbaufase haben wir genügend Helfer. Am Sonntag haben wir jetzt auch genügend Helfer. Bei der Abbaufase dürften wir noch ein oder andere Helfer mehr haben. Aber wir haben jetzt noch einmal einen Appell gestartet innerhalb der Vereine. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir auch die letzten Helfer werden finden. Es ist ja so, die Erfahrung hat es eigentlich gezeigt, jetzt auch in Nottl oder anderen, also in Luzernkantonal in Nottwil oder in anderen Schwingfests, es ist zunehmend eine grosse Herausforderung, Helfer zu finden. Früher konnte man das relativ einfach machen, dann ist man auf den Verein zugegangen und dann hatte man eigentlich nirgenden Helfer. Wir haben jetzt festgestellt, dass das so nicht mehr funktioniert, dass man eigentlich Einzelpersonen adressieren muss oder eine ganze Gruppe. Und da muss man ein bisschen andere Kommunikationskanäle finden. Also man muss mehr über soziale Medien gehen und die Leute versuchen direkt anzusprechen. Aber wir haben dort ein bisschen gelernt, wir mussten unsere Kommunikationskanäle anpassen, aber sind jetzt schlussendlich doch trotzdem zum Erfolg gekommen. Wir haben unsere Helfer gefunden. Danke. Hat es neben der schwierigen Suche noch genügend Helfer sonst noch Sachen gegeben, die Sie, obwohl Sie gesagt haben, gut vorbereitet oder gewusst haben, was auf Sie zukommt, Sachen gegeben, die Sie überrascht haben im Laufe der langen Vorbereitungen? Für mich persönlich hat es eigentlich keine Überraschungen gegeben. Wie gesagt, ich habe gewusst, dass mir das Zukunftspflichtenheft im Voraus gut ging. Was aber immer ist, wir haben ja eigentlich ein gemischtes OK, das heisst, ca. die Hälfte kommt vom Schwinkel-Bickertal. Die können das eigentlich auch recht gut. Und die andere Hälfte hat vom OK nicht viel zu tun mit dem Schwingen. Und für die hat es schon die eine oder andere Überraschung gegeben, wo sie so nicht gerechnet haben. Aber grossmehrheitlich würde ich sagen, haben wir das nichts über völlige Sachen, die wir nicht hätten meistern können. Das Programm des dreitägigen Fest, das es ja ist, ist sehr vielfältig. Von hier mit dem Eduise Openair am Freitag zu Abend, nachher den Familientag am Samstag und das grosse Schwingfest am Sonntag. Das Programm, sind wir hier bei der Gestaltung, v.a. vom Rahmenprogramm, ist das OK völlig frei gewesen oder hat es trotzdem auch Vorgaben, Leitlinien, beide Blanken gegeben vonseiten des Innerschweizer Schwingerverbandes? Nein, dort sind wir frei gewesen. Der Innerschweizer Schwingerverband schreibt eigentlich nur den Sonntag, also das Schwingfest selber vor. Und auch dort hat man eigentlich minimale Anforderungen. Und zum Beispiel die Zuschauerzahl ist, glaube ich, 6'000, wenn ich richtig in Erinnerung habe, wo sie vorschreiben. Und sonst ist einfach die ganze Pflicht vom Innerschweizer Schwingenverband auf den Sonntag fokussiert. Was wir ringsherum organisieren, ist tatsächlich Sache des Organisationskomitees. Einfach am Sonntag am Morgen, am 6 Uhr, muss der Schwingplatz parat sein zum Schwingen. Das ist eigentlich das eiserne Gebot, das gelte. Alles andere ist uns überlassen. Wenn Sie vielleicht noch kurz auf das eingehen können, genau diese Kombination mit Open Air, Familientag, das gab es ja auch schon im Luzerner Kantonalen beim Jubiläumsfest. Was waren die Überlegungen dahinter, genau diese Kombination zu machen? Was wir im Fokus hatten, die Arena und die Festzeile, müssen wir so oder so aufstellen für den Sonntag. Das ist eigentlich gegeben. Und somit haben wir eigentlich die Kosten schon ausgegeben. Und da liegt es ja fast auf der Hand, dass man die gleichliche Infrastruktur versucht, an anderen Tagen auch noch zu nutzen. Und dann war es klar, dass wir am Freitag oben etwas machen. Weil am Samstag oben möchten wir lieber nichts mehr machen, dass die Helfer ausgeruht sind und der Schwingplatz auch parat ist am Sonntagmorgen. Also von dem her war der Freitag oben schon fast gag. Und dann haben wir irgendwie länger diskutiert, wenn wir ein Programm machen wie alle anderen, wo wir einfach nicht so überzeugt sind, dass das zum Erfolg kommen wird. Und dann haben wir uns dann entschlossen, einen Partner zu finden und in der Arena etwas zu machen. Und ich glaube, das war so die Kombination gewesen, die uns schlussendlich überzeugt hat. Dass wir gesagt haben, okay, wir haben einen Partner, der das professionell organisiert. Wir stellen einfach die Infrastruktur zur Verfügung. Und somit ist eigentlich der Freitag oben auch gag gewesen. Und den Samstag, ehrlich gesagt, haben wir uns ein bisschen auf die andere Note gekommen, die schon gute Erfahrungen gemacht haben mit dem Familientag abgestützt und haben das Gefühl gehabt, das ist ein gutes Programm, das passt für uns auch. Ich möchte noch einmal ganz kurz auf das Openair zu reden kommen, eben auch, weil es das Reden gegeben hat, als das dann Anfang des Jahres oder im Frühling definitiv ausgekommen ist. Es hat doch die eine oder andere negative Reaktion auch gegeben, die gesagt hat, das geht doch nicht, in einer Schwinger Arena wird geschwungen und sonst gar nichts. Jetzt gibt es das Openair. Haben Sie Verständnis? Können Sie die Reaktion irgendwo ein bisschen nachvollziehen oder eher nicht? Zuerst muss ich mal sagen, die negative Reaktion ist nicht bis zu mir vortragen. Ich bin bis jetzt verschont geblieben von dem. Das ist vielleicht ein bisschen der Vorteil, wenn man nicht allzu nüchig wohnt, dann kommt man nicht alles mit. Aber, ja, nein, ehrlich gesagt kann ich es nicht nachvollziehen, ganz ehrlich. Weil, wie gesagt, die Infrastruktur ist vorhanden und irgendwann wäre es ja dumm von uns, wenn wir die Infrastruktur nicht irgendwie nützen würden für ein solches Event. Ob es jetzt ein Openair, ein Schlager, ein Festival oder was auch immer kann sein, da bin ich relativ offen. Kommt jetzt für mich nicht so darauf an. Aber wir haben in der OK nicht so grosse Diskussionen gehabt. Für uns ist relativ klar gewesen, dass das passt. Ein anderes Thema, das vor einiger Zeit über den Schwingerkreis hinaus auch für Diskussionen gesorgt hat, sind die Finanzen vom eidgenössischen Schwing- und Äublerfest das letzte Jahr zu praten gewesen. Der Anlass hat mit einem beträchtlichen Verlust abgeschlossen. Inwiefern hat die Meldung die Arbeit, die natürlich schon relativ weit fortgeschritten war jetzt beim ISAF, aber inwiefern hat sie die noch beeinflusst? Es hat uns eigentlich innen bestärkt, unseren Entscheid, den wir schon zwei oder drei Jahre vor der Tär getroffen haben. Wir haben ganz am Anfang, als wir zu Hause gekommen sind, miteinander Leitfaden entwickelt. Und dort haben wir ganz klar gesagt, unser oberster Ziel ist der Schwingfest, der Sonntag, der steht im Zentrum. Da wollen wir ein schönes Fest machen, aber nicht überborden. Und absolut klar war, das war auch finanziell, auch bei schlechten Bedingungen, wenn wir mindestens eine schwarze Null schreiben. Von daher sind wir eigentlich eher bestärkt worden durch das negative Ergebnis von Brattelen, dass wir hier die richtigen Wege eingeschlagen sind. Und ich bin eigentlich sehr zuversichtlich, dass uns das gelingen wird. Ganz konkret, wenn Sie vielleicht den ein oder anderen Punkt sagen können, was kann das OK machen oder welche Massnahmen ergreifen, damit eben im Minimum dann ein Ausgleichungsresultat ausführen? Ganz konkret, ich glaube, das ist kein Geheimnis. Ohne Sponsoren könnte man so einen Anlass gar nicht organisieren. Also wir haben uns ein klarses Budget gegeben auf der Sponsorenseite. Wir haben gesagt, diese und diese Einnahmen wollen wir generieren. Das zweite, wo wir gesagt haben, wir müssen den Freitag Abend, wir müssen ein Event organisieren, wo noch zusätzliche Einnahmen generiert. Das sind so die Hauptpunkte auf der Einnahmeseite und auf der Ausgabeseite haben wir einfach ganz striktes Budget vorgegeben. Die erste Runde sind wir etwa 300'000 im Minus gewesen. Dann haben wir müssen streichen, sodass wir auch wirklich Reserve gehabt haben. Und wir haben vor allem gesagt, wir schrauben nicht die Einnahmen runter, bis wir ein Ausgleichungsbudget haben, sondern wir versuchen wieder Ausgaben zu sparen, sodass wir mit vernünftigen Eingaben ein Ausgleichungsbudget haben. Sie haben Sponsoren und Gönner angesprochen, die natürlich für jeden Anlass sehr wichtig sind. Im Schwingen hat man in den letzten Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnte, wirklich einen gewissen Boom wahrnehmen können, dass so Schwingfeste für kleine, mittlere und auch grosse Unternehmen offenbar sehr attraktiv sind, um sich zu engagieren. Wo sehen Sie die Gründe, dass der Schwingsport so populär geworden ist? Ja, ich glaube, das sind zwei Gründe. Und das Erste ist, ich glaube, die ganze Schweizer Bevölkerung hat sich seit längerer Zeit wieder auf Traditionen, auf unsere eigene Kultur besonnen. Das hat es nicht speziell nur mit dem Schwingen zu tun, sondern ich glaube, das ist ein Wertewandel. Von dem können wir jetzt profitieren, vom Schwingen. Auf die anderen Seite darf ich sicher sagen, dass wir seit, glaube ich, einem eidgenössischen Luzern, wo das Schwingen mehr im Fernsehen übertragen wird, live übertragen wird, ist eigentlich die Attraktivität und die Dynamik vom Schwingen erst dann zum breiten Bevölkerungsteil bekannt worden oder realisiert. Und sithinher muss ich sagen, ist das wirklich ein sehr, sehr, sehr wirklich ein Boom und wir haben da auch die große Unterstützung von den Sponsoren gewinnen dürfen. Das Bispo ist zum Beispiel gestern bin ich mit einem Verwaltungsrat von unserer Firma zusammengekommen. Entschuldigung, ich habe nebenbei erwähnt, dass ich UK-Präsident bin von dem Interschweizer Schwingfest und er hat gerade strahlende Augen bekommen und hat mir gesagt, ja, am Samstag sei das Brattelen das erste Mal als im Schwingfest gewesen, er sei wirklich hell begeistert gewesen und den ganzen Sonntag habe ich vor dem Fernsehen verbracht und habe das Schwingen beobachtet. Und so Reaktionen habe ich sehr, sehr viel gehört in meinem Umfeld, wo vorderlich nichts mit dem Schwingen zu tun hat. Etwas, was mit dem grossen Engagement von Sponsoren und Gönner zu tun hat, ist auch die Tatsache, wo gerade eingefleischten Schwingerfans manchmal ein bisschen kritisch gesehen wird, dass eben auch bei so einem grossen Fest wie jetzt beim ISAF oder auch beim Eidgenössischen sehr wenig Billette halt in freie Verkauf kommen. Entschuldigung. Das hat einerseits damit zu, dass die Schwingklub beziehen können, aber andererseits auch, dass die Sponsoren viele Billette bekommen, Gäste einladen können. Dann heisst es ja, das sind Leute auf der Tribüne, die gar nicht wegen dem Schwingen kommen, sondern wegen Sehen und Gesehen werden oder was auch immer. Was kann ein OK gegen diese Entwicklung machen? Oder will man gar nichts gegen diese Entwicklung machen? Ich glaube, das ist eine gute, interessante Frage zu aufwerfen. Ich werde voraussichtlich nach dem Abschluss des Schwingfests auch meine Meinung dazu äussern. Im Innerschweizer Schwingerverband von ISG ist ein Grund, dass die Eintrittspreise zu tief angesetzt sind für das Schwingfest. Das heisst, mit diesen Einnahmen können wir die Aufwände, die wir haben, gar nicht decken. Und wir sind auf die Sponsoren angewiesen. Also wenn man dort wirklich vom Schwingenverband etwas machen will, dann muss man die Eintrittspreise nachdenken, so dass es eigentlich gar keine Subventionen durch die Sponsoren gibt. Wir haben das Problem versucht zu lösen, dass wir recht gross bauen, 12'000 Zuschauer wird oder 12'500 Zuschauer wird die Arena fassen. Wir haben jetzt versucht, dem ein bisschen entgegenzuwirken, sodass wir genügend Tickets haben für den Schwingenverband, auch für die Sponsoren und trotzdem haben wir zum Beispiel der Bevölkerung von Dattmarsell noch 500 Tickets zur Verfügung stellen. Sie selber sind in den 80er und 90er Jahren selber ein sehr erfolgreifer Schwinger gesehen, unter anderem drittplatzierten im eidgenössischen 1992 zu Olten. Wenn Sie jetzt den Boom, vielleicht auch die finanziellen Möglichkeiten, die die Top-Schwingen haben heute angeschaut. Röösen Sie manchmal ein bisschen, dass Sie, salopp gesagt, 30 Jahre zu früh auf die Welt gekommen sind? Nein, diese Überlegung habe ich mir noch nie gemacht. 30 Jahre zu früh auf die Welt gekommen sind. Aber ich würde so sagen, wenn ich noch schwinger werden, das kann ich sicher bestätigen. Aber ich glaube, es ist weniger wegen dem Geld, sondern weil mir den Schwingsport weiterhin sehr gut gefällt. Und trotzdem gibt es auch in dem Bereich Leute, die die Entwicklung nicht so gern sehen, sage ich einmal. Eben Schwinger, die quasi mit ihrem Sport den Lebensunterhalt verdienen können. Wo kommt das her? In anderen Sportarten ist es ganz normal, dass die besten, das professionell ausüben. Woher kommt diese Skepsis bei den Schwinger, dass man am liebsten keine Profis hat, obwohl die besten, wenn sie nicht Profis sind, sehr nahe bei einem Profitum sind? Genau, ich vermute, das sind zwei Gründe. Das erste ist, die Schwinger sind eher konservativ von der Wertenhaltung her, sind jetzt nicht so offen für Veränderungen oder wenn, nur sukzessive Veränderungen. Auf der anderen Seite hat es auch mit der Struktur des Schwingerverbandes zu tun. Der eidgenössische Schwingerverband oder die, die abstimmungsberechtigt sind, sind sehr viele Ehrenmitglieder dabei. Als man Ehrenmitglied wird, muss man ein gewisses Alter haben. Das heisst, ganz grosse Veränderungen werden sicher abgelehnt. Das ist wie der Schweizer Politik. Extreme Lösungen werden nicht angenommen und das ist auch bei uns so, sondern da muss man ausgewottene, vernünftige Vorschläge oder Lösungen bringen und dann werden die angenommen. Ich persönlich finde das gar nicht so schlecht. Wir persönlich sind lieb, wir müssen uns kontinuierlich in kleinen Schritten anpassen, aber wir müssen uns anpassen, da führt kein Weg vorbei, als sprunghaft grosse Entwicklungen, die dann auch mit Risiko behaftet sind. Aber es ist eine Gratwanderung zwischen Tradition und Modernisierung und das ist sicher keine leichte Herausforderung. So, wir kommen langsam aber sicher zum Schluss dieses Gespräch. Jetzt noch die Frage an den Ok-Präsidenten des 116. Innerschweizer Schwingland-Aubler-Fests. Ist Markus Greuther ein Siegertipp zu entlocken im Vorfeld? Nicht eine einzelne Person, aber ich glaube, wir haben sehr starke Teilnehmer, sehr gute Gäste. Ich glaube, wir sind informiert. Joel Vicky hat sehr gut gestartet in der Saison, Fabian Studemann hat sehr gut gestartet, Semmy Giger ist auch zunehmend in Form. Also, es ist sehr, sehr offen die Ausgangslage und ich glaube, schlussendlich kommt es auf Tagesform und auch ein bisschen auf das Wettkampfglück. Daraufher werden am Schluss gewinnen. Abgesehen von einem würdigen Sieger, was braucht es oder wie müssen die drei Tage verlaufen, damit Sie, der Ok-Präsident, am Sonntag zufrieden und glücklich ist? Ich würde mich natürlich freuen, wir würden unfallfrei durch die ganzen drei Festpläne kommen, wir würden spannende Wettkämpfe sehen, dann einen würdigen Festseiger, das haben Sie schon erwähnt, und dann würde es mich freuen, wenn ich am Abend viele strahlende Gesichter von den Zuschauern sehen, die wirklich mit Freude und einer Begeisterung nach Hause gehen und noch jahreweise von dem Innerschweizer Schwimmgefest 2023 in Dammerzellen erzählen. Markus Greuther, danke vielmals für das Gespräch und viel Erfolg für das Eisafts Dammerzellen. Merci vielmals. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war es vom WB-Gespräch vom Monat Juni. Danke vielmals fürs Zuschauen und Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Das WB-Gespräch vom Willisauer Boot ist Ihnen präsentiert worden von der Mobiliar Generalagentur Willisau-Entlbuch, der Reifisenbanken aus der Region, der GUT-AG Gebäudertechnik und der Swiss-Krono AG in Mansnau.